Willkommen zurück zu Hank! Hier seht ihr noch die Statistik von Level 4 sehr interessant wie ich finde auch ich weiß nicht wie die das rechnen aber ist ja auch egal weiter geht das hier der Spaß 10 Nuggets ich hätte auch gerne mal ein neues Leben gehabt oder so aber offenbar bekommt man sowas hier nicht wieder einen wertvollen Diamanten gefunden hier oben sehe ich direkt dass da was ist und da auch okay das ist gefährlich du bist hier glücklicherweise kann ich hier oben rum graben du bist du ich schätze ich muss daran Diamanten oder Juwelen ich weiß nicht als was das gilt aber ich würde fast behaupten es sind eher Diamanten als Juwelen wie soll man denn da an manche Sachen rankommen frage ich mich das ist Level 5 ich will nicht wissen wie weitere Levels aussehen hmmm put yes cool ja stimmt das waren die die das auch mit weg sprengen so jetzt fehlen mir noch 9 ich möchte gern neues Leben haben ich möchte gerne eine Strahlenpistole haben was ich beides nicht hab ich habe ein Leben bekommen wie es scheint also ich hatte ja vorher und wieder nur stehen glaube ich oder ich kann mich jetzt natürlich auch irren das will ich gar nicht in Abrede stellen weil noch eine Laterne was soll ich denn damit ich weiß damit kann man Geheimnisse sehen aber es hilft mir jetzt nicht wirklich viel hier ist nix wie scheint da sind Wachen aber ich habe das Problem dass ich keine Strahlenpistole habe und dementsprechend natürlich nicht gegen diese Viecher da ankommen kann deswegen gehe ich dem erstmal ganz stark aus dem Weg das hilft mir alles hier nichts da sind die Drachen also auch keine Punkte ich grabe hier mal weiter ich finde auf jeden Fall ein paar Juwelen oder Diamanten was auch immer aber irgendwie nicht das was ich brauche hmmm das muss man irgendwie gespreng kriegen ja da nicht aber diesen Elektro oder wie heißt das hab ich noch nicht gefunden da ist wieder so ein Sandding aber jetzt muss ich erstmal das Ding hier wegkriegen Moment hab ich die Idee zack und bäms sehr schön da haben wir ein zwei wow cool einige Goldnuggets konnten wir jetzt so durch die Sprengkraft freispielen wie soll ich das nennen ja freischalten wie auch immer das war sehr cool so kann ich mich ein bisschen schnell bewegen ja das ist auch praktisch ich weiß nicht wie lange das immer dauert eine Strahlenpistole sehr gut sehr gut das ist schön das ist nochmal so ein Sand mäßig war das Sand auf jeden Fall sprengen die das weg diesen Granit aber erstmal kann ich mir jetzt hier links diese Goldnuggets da organisieren und die Münzen bis zum Mist versuchen vielleicht klappt es weil die Viecher da ein bisschen geistig umdachtet sind ich geb mir jedenfalls Mühe so so na komm her bäms bäms jawohl jawohl ha ha jawohl ja war ich ausgetrickst ich brauch nur noch ein Goldnugget aber ich befürchte dazu muss ich in diese Drachenriege da rein aber erstmal will ich schauen was mich hier noch irgendwo erwartet war das hier rechts da konnte man auch was weg sprengen da war nämlich so ein ja so ein bräunlicher Stein so ein Fels war dort und ich möchte gerne wissen was sich dahinter verbirgt wenn ich da irgendwie hinkommen sollte das sieht aber nicht so aus ob ich da irgendwie hinkomme gut dann versuche ich jetzt hier na hier sind Geheimnisse das ist schön da hab ich bloß nichts von diese Drachen machen mir nicht gerade Freude muss ich sagen oh da hab ich so viele die sind äußerst gefährlich und dann so viele davon Gottes Willen wirklich brennt euch das selber mal ne Runde weg das finde ich ach scheiße optimal wollte ich sagen woa hink 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 schneller danke woa rätsel ein von zwei Rätseln hier brauche ich elf Nuggets ach die Explosion hat mich mit weggesprengt geht es um gleich noch mal wie will Hauptmenü Start als Spielfortsatz natürlich weg 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 so weg gesprengt coole Sache das ist ja heftig hier wow 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 mein Gott ach hink du doofes Fisch ja nochmal evil Punkt was ich cool finde dass hier die Punktzahl weitergezählt wird als Spielfortsatz natürlich so da wollen wir erstmal das hier schnell weg schnell weg schnell weg zack 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 sehr schön aha hier muss ich jetzt aufpassen halt hier ist ein Nugget bin ich blöd da war ein Nugget scheiße egal das kriege ich bestimmt auch noch irgendwie anders wieder okay weg da mein Gott das ist auch echt nicht ungefährlich hier wow gut gut jetzt kann ich mir das hier oben holen so hab ich mir das geholt bisschen mehr zack 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 Achtung voll ruhig ist egal ähm das war knapp richtig knapp ist auch super gefährlich hier irgendwie diesen ganzen Felsen das ist etwas unbehaglich wie ich finde aber gut vielleicht mag er das ja so ein bisschen quetschig bisschen kuschelig wow Lampe ja was soll ich damit ja ich weiß noch mal kann man Geheimnisse sehen lelele aber bringt mir hier absolut keine Punkte ich möchte Goldnuggets ja damit habe ich genug Goldnuggets sehr schön ich möchte noch einen Ausgang finden nur noch ist gut das könnte sich eventuell schwierig erweisen einen Ausgang zu finden oder nein da hinten ist einer wie ich eben mit bekam noch ein Goldnugget Super Hank weiter Strahlenpistole ist schon mal sehr gut die Lampe Boah ja man hm what the fuck was war das jetzt hä das habe ich nicht verstanden nochmal bitte start als Spiel vorsitzen Sekunde mal ist das Vieh hier irgendwo ausgegraben da kam das Vieh her ok jetzt muss man hier so auch noch aufpassen nein scheiße ausgerechnet diese scheiß Drachen wow ist das Spiel aufregend das um diese Uhrzeit lässt mich lügen gespielt haben wir es denn 2.39 Uhr in der Früh aber gut ist mir egal es ist Wochenende insofern ich würde fast behaupten wurde nicht gerade die Zeit umgestellt aber egal das stört es mich schnell 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 weg schnell weg schnell weg das ist äußerst gefährlich hier weggeschossen ich musste so viele Nuggets finden uah äh ok Hank boah das ist hier Einkaufsparadies ich will mich wie ein Kind im Bonbon laden meine Güte was geht denn hier ab schon so viel Zeug hier gefunden Hammer 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 Gold Nuggets 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 Diamanten Nuggets sind mir natürlich das Liebste aber waaah scheiß die Wand an Diamanten und Münzen ich nehme alles was ich kriegen kann es ist so schön bunt das glitzert ich nehme es mit alles mir hilft bei meinem Plan die Weltherrschaft an mich zu reißen aber naja mal gucken ich brauche nur noch sechs Nuggets fünf vier muss aufpassen drei zwei ach du scheiße eins gar keins mehr ich habe alle wow beziehungs nein was heißt alle ich habe die erforderliche Menge ok super muss ich quasi nur noch den Ausgang finden nur noch ne damit ihr wisst wow fuck aber alles noch mitnehmen was ich auf dem Weg hier nur noch mir nehmen kann scheiße Drache ich muss irgendwo nach unten da war das doch oder nicht oh scheiße schnell 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 wow ich weiß nicht wo hier ein Ausgang ist verdammte Axt mir wird gerade richtig warm ich werde hibbelig ich werde wow ängstlich unruhig keine Ahnung was alles tap tatsächlich nur unten links und sich gucken ob ich da am dummsten hinkomme wow so viele Drachen dass die mich etwa alle in Ruhe scheiße weiter ich weiß nicht wo ich lang gehen kann muss wo komme ich denn unten ach du scheiße ich muss hier unten lang sprich ne ihr tangiert mich alle nicht ganz so doll wow das sag ich hier so meinem jugendlichen Leichtsinn aber äh ja ich sag in meinem jugendlichen Leichtsinn und bin dann direkt doch da gestorben an der Stelle wow scheiß die Wand an egal jetzt bin ich immun für kurze Zeit das heißt ich kann hier lang macht nichts GGG GGG interessiert mich den wow geschafft super weiter sofort weiter du bist Mr. Electro kann das sein das ist also Mr. Electro gut zu wissen auf jeden fall der hilft mir das ist das ist sehr cool goldnuggets Mr.Elektro bleibt mal bitte bei mir in der Nähe scheiß die Wand, das ist geil hey gib mir mal meine strahlenpistole bitte oh god scheiße du bist cool Mr.Elektro du gefällst mir du bist ein freund du machst mir die alle kaputt cool, echt cool muss ich sagen leider bleibt der freundlich stehen aber wenigstens kann ich ihn dann wieder aktivieren für kurze Zeit Bombs scheiße das ist alles mehr kann ich dann nicht aktivieren boah wie mies wie mies, wie mies, wie mies was, was ist denn das hier für ein Pelzknoe ist das so ein Uru geil wir sehen uns im nächsten Part was ist ja